So, dann upgrade ich mal noch das Waki-Sashi. Irgendwann habe ich das bestimmt mal drauf mit dem Waki-Sashi, wie und warum man das ausspricht. So, das Ding ist, glaube ich, ungepimpt jetzt schon besser als meine High Voltage. Das Ding ist ja crazy. Absolut crazy. Hm, ich benutze das erst mal. Probieren wir das einfach mal aus. Okay, dann geht es jetzt los hier zu den Catacombs. Go, go. The purest of evil. Okay, Tomb of the Natives. Komm, ja, du, 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 du Jetzt... Bist du so schnell. Aha. Na komm. Mach hinne! Oh, da sind Zombies. Haut er die? Nicht? Schade. Wow. 3000. Alte Scheiße. Das war ja übel. Oh, hallo. Na, wie läuft es bei dir? Genau. Rotz den anderen an. Das ist eine tolle Idee. Dann kann ich dich so lange umbringen. Ey, dieses Ding ist so pervers. Alter. Das muss dringend gemoddet werden. Das haut bestimmt so rein. Oh, was haben wir hier? Search, nicht schade. Ich brauche noch Oleander. Ich glaube, einen oder so. Einen Oleander fehlt mir, glaube ich. Dann könnte ich das zu einem Deathstalker-Wakizashi machen. Und ich wette, dann haut das richtig, richtig übel rein. Hier muss es doch irgendwo Oleander geben, oder? Hm. Hier ist meine Stadt. Angry Spirits sind überall. Die Zombies sind also Angry Spirits, ja? Aha. Okay. Sieht schlecht aus, wa? Mit dem Avoid the Fight. Weißt du was? Komm. Zack, 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 zack. Und du auch. Ich kann ihn nicht. Shit. Ha. Haben wir zumindest noch einmal getroffen. Zack, zack. Ups. So. Ach komm, halt's den Maul. So. Ich hab ihn voll erwischt. Wah. Ich hab noch eine Machete. Die ich eigentlich hätte mit... Ach, oh, da ist noch eine. Die hab ich gar nicht gesehen. Aber ich hab voll viele erwischt mit meinem Fury. Das ist sehr gut. Das gibt sehr, sehr schön... Ey, ja. Das gibt sehr schön viel... Viel Erfahrung. Alkohol. Das sind ja Säufer hier, die Seine geboren sind. Unglaublich. Überall liegt bei denen Alkohol rum. Aber mir wäre eigentlich Oleander ein bisschen wichtiger. Warum gibt's hier keinen Oleander? Das ist ein... Kaff. Shit. Okay. Uns folgt keiner. Ich höre aber schon wieder welche. Ich weiß nur nicht wo. Hm. Oh, hier ist ja was los. Überall Tote. Shotgun. Shotgun ist gut eigentlich. Ich weiß gar nicht. Hab ich noch eine Shotgun? Das muss ich jetzt erstmal gerade nachgucken. Ich hab gerade gar keine Shotgun. Naja, die war auch, glaube ich, nicht wahnsinnig gut. Schade eigentlich. Hm. Na gut. Ich hätte gerne eine neue Shotgun. Das wäre jetzt der Loot, den ich gerne aus diesem Abenteuer haben würde hier. Eine neue Shotgun. Irgendwas Episches, was richtig rockt. Gibt's ja eigentlich ne Karte. Ja, hier gibt's ne Karte. Die Karte ist aber... Uh. Ich wollte gerade sagen, die Karte ist klein, aber... Ist sie wohl doch nicht. Es geht's ja... Ist ja auch einiges los. Na gut. Aha. Von wem für wen. Und warum. Ja, ich sehe ihn. Aber er hat eh keine Chance. Ich habe ihn umgemetzelt. So. Und jetzt können wir weiter. Ach, da kommt noch wer. Eieiei. Pock. Und Pock. Naja, Pock war's jetzt nicht unbedingt. Ich bin das Pock noch so gewohnt von damals am Strand, als ich die ganzen Leute mit dem Baseballschläger verprügelt habe. Aber inzwischen ist das eigentlich kein Pock mehr. Ja, gehst du jetzt mal weiter. Hier, wie sieht's aus? Gib Gas. Nicht? Warum geht er nicht weiter? Algen. Oder Algä oder was auch immer das ist. Möchtest du jetzt mal bitte weitergehen hier? Hallo. Och, Mann. Ich geh gleich alleine weiter. Da vorne sind noch welche. Vielleicht möchte er gerne, dass ich die töte. Bevor wir weitergehen. Nein, 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 nein. Sterbt alle. So, kommst du jetzt? Ja, er kommt. Ich höre eine Flöte. Aber ich glaube, das kommt nicht aus dem Spiel. Hm. Ich glaube, es kam von draußen. Oh, da hat hier gerade tatsächlich einer geflötet. Ich fürchte, ich werde es nicht erfahren, ohne die Aufnahme zu hören. Also im Nachhinein kann ich das durchaus... Könnte ich das durchaus nachprüfen, aber da müsste ich... Nee, das ist mir zu blöd. So, komm, jetzt sterbt doch einfach alle hier. Ja, ja. Ist ja... Ja, ist ja gut. So. Noch einer? Nee. Doch, da oben ist noch einer. Und das ist wieder ein... Zack. Komm, du kannst mir überhaupt nichts. Ich werde dich jetzt... Nee, hier gibt es kein Zeug. Zack. Moment, da nehme ich jetzt mal gerade wieder meinen Magic Wand. Den habe ich doch schon ewig nicht mehr genutzt. Der macht es auch ein bisschen Pock. Nämlich Pock, Pock, Pock. So ein bisschen hat er mich getroffen. Ah, ah. Oh, oh. Leben, Leben, Leben. Ah, es regeneriert. Ja, schade, weil ich regeneriere mein Leben einfach. Bäm. Tja, ich würde sagen, voll erwischt. Ah, da kommt er schon. Diese... Diese Blunt-Weapons, die stummen Waffen sind deutlich effektiver gegen die Thugs, habe ich so das Gefühl. Selbst wenn die sehr viel schwächer ist eigentlich als dieses Wacki-Sashi, haut das den ganz schön rein. Na los. Oppe. Mach hinne. Hm, hm, hm. Gibt es hier irgendwo... Ich brauche Oleander. Ich will Oleander. Was haben wir da? Ein Spideful Universal X. Brauche ich nicht sowas. Das wäre jetzt die Gelegenheit, um von beiden Seiten Zombies kommen zu lassen. Aber nein. Okay. Ach, es geht noch weiter. Vielleicht kommen gleich von beiden Seiten Zombies. Oh. Was ist hier unholy? Hier ist nichts unholy. Du hast doch keine Ahnung. Unholy. Oh. Es kommt zumindest von einer Seite ein Zombie. Haben wir hier... Hoch. Guck mal. Messer und Stuff. Ist doch lustig. Ja, und jetzt? Muss ich jetzt vorgehen. Gehe ich jetzt halt vor. Ach, da unten ist ein Floater im Wasser. Kann der hier hochrotzen? Oh. Ach, da kommen noch welche. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt aber nicht runter und den töten, damit der Typ mitkommt, oder? Ich hoffe nicht. Kommst du? Du kommst. Okay. Ich wollte nicht extra da runterlaufen. Aber ich glaube, ich muss da gleich sowieso durch, wa? Ich höre was. Ach so, das ist der da unten. Das ist so laut. So, als würde er direkt neben mir stehen. Und dem zwickt es immer noch im Schritt. Zumindest läuft der immer noch so, als würde es ihn im Schritt zwicken. Ist auch eine arme Sau mit dem komischen Ding hier durch den Dschungel-Eiern. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich bin ja schon unterwegs. Ich musste erst ein bisschen Früchte essen. Ah, ja, ja, hier geht's ja hoch. Na, löse. Äh. Das ist aber auch der ewig fiesten Amina, hier den Berg hochzulaufen. Was haben wir denn hier? Mehr Früchte. Halt, ich muss essen. Ich habe keine volle Lebensenergie, die brauche ich. Vielleicht kommt hier irgendwie so ein Bossfight oder so. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt insgesamt sind mit dem Spiel. Wahrscheinlich, oh. Aha. Es gibt noch einen Second Leaver. Okay. Hä? Was? Wie? Wo will er das hier? Moment. Wie soll ich denn da? Uah. Ach so. Ah. Ich sehe schon. Moment. Aber was heißt hier, sie wollen uns stoppen? Das ist ja... Wer denn? Die Zombies? Glaubt ihr, die Zombies haben absichtlich diesen komischen Ding kaputt gemacht? Ich bezweifle das stark, weil... Erstens, warum sollten sie? Und zweitens... Dafür sind sie gar nicht schlau genug. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Mh. Ich komme da nicht hoch. Oppe, wie komme ich da hoch? Da vorne ist halt... Da oben ist eine Leiter. Ach, da muss ich springen, oder wie? Nicht echt, oder? Schaffe ich das? Na, versuchen wir es mal. Ich bin ja ein... Ein ehemaliger Baseball-Star? War es Baseball? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jedenfalls ein ehemaliger toller Sportler. Ich muss sowas schaffen hier. Zack. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Du bist ein Zombie, wa? Ja. War doch klar. So. Eine Kiste. Brutal Sickle. Uuuuh. Legendary. Her damit. Ach, jetzt muss ich das Hest halten. So. Hinsprung hättest du jetzt selber wahrscheinlich nicht geschafft, wa? Oh, Mann. Ja. Ich bin da. Huch. Ah, Katzin. Schön. Oh, da sind wir da alle. Und sie haben Waffen dabei. Macht er da. Was macht er da? Wer ist das? Sie sieht nicht tot aus. Sie sieht nicht wie ein Zombie aus. Was machst du da? Was machst du da? Was? Wenn sie nicht so gut ist, dann gibt es in der Kiste. Sehr gut. Er ist nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Wenn sie nicht so gut ist, dann wird sie sicher. Und wenn sie nicht so gut ist? Na, was hast du gefunden? Oh! Das sieht ungesund aus. Ähm. Bääääh.